Hallo und willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Datenkäfig angekommen und hier soll ich jetzt anscheinend irgendwie das Sudro-System neu starten oder so. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Perfekt. Gelange auf die Spitze des Sudro-Towers. Ja gut, da war ich ja gerade eigentlich schon, ne. Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das doch mal. Ja gut, die ist jetzt auf der anderen Seite. Danke, Josh. Gut, dann fahren wir da mal hoch. Ist es möglich, da reinzukommen? In der Tat. Sudro-Tower, das ist auch mal ein interessanter Name. Wo zum Teufel soll da ein Fahrstuhl langführen? Durch so ein Bein durch, oder wie? Anscheinend. Und schon sind wir drin, meine Freunde. So, hier muss ich jetzt einmal gucken. Zeug gesprungen, oder? Puh, Mann, ich hab eins abstürzen lassen. Warst du schon mal Bergsteigen? Puh, na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu nem Kerl der Welpen, Fred Marcus. So einer will ich nicht sein. Okay, jetzt schauen wir uns erstmal mit den Kameras weiter um. Denn das hier ist dann doch ein bisschen... ungünstig positioniert. Ähm... Sehr ungünstig, ehrlich gesagt. Okay, also so krieg ich das noch nicht hin. Geh ich mal auf die Kamera da vorne. So ist jetzt der hier offen. Dann mach ich mal... Boah, ist das krass gemacht dieses Mal. Ich bin dezent verwirrt. Okay, ähm... So haben wir auf jeden Fall schon mal hier oben Saft. Geh ich jetzt mal darüber. Und mal darüber. Das wird so nichts. Wir müssen hier... Noch die beiden... Boah, ich... Es ist wirklich im Moment noch ziemlich krass zu checken. Aber wir könnten theoretisch von hier aus hier so die Leute rausstalken. Hm, was essen sie denn gerade zum Mittag? Hat das einen Sinn? Jetzt hab ich schon mal hier Strom. Ich glaub, das ist nicht schlecht, oder? Das ist halt immer noch lockt. Dann gehen wir mal auf die Kamera da vorne. Jetzt ist das hier offen. Dann können wir das einmal hier rumführen. Und wenn ich das jetzt so drehe, ist der da offen. Dann kann ich den so drehen, dass er hier allen Strom gibt. Dann ist der da jetzt auch offen. Dann drehe ich den jetzt einfach so. Oder so. Dann hat auch alle Strom. Und dann wechsle ich jetzt wieder zu der Kamera. Dann könnten wir nämlich jetzt den da oben aufmachen. Und was da jetzt ganz oben ist, das sehe ich leider mit der Kamera nicht. Nice job auf jeden Fall. So ist es aber möglich. Gut. Nice. Alter, wie schwerfällig der sich bewegen lässt. Coole Brücke da hinten. Daraus lässt sich ein cooles Thumbnail machen. Wenn ich daran mal wieder denke. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und... So. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring dir mit. Ganz bestimmt. Hey, hey. Schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Codierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung für uns hat. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich hab unser neues Gerät dabei und präsentiere voller Stolz. Home 2.0. Fuck, ja! Oh, er hat einen Taschenbruch können Sie... Das ist das Dead-Set-Logo. Shit. Oh, oh. Tut mir leid. Oh mein Gott! Klasse! Ausscheiden! Das reicht, das reicht, das war's. Okay? Das war mal eine Blamase vom Teinsten. Hey, Alters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System. Versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten. Denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden Verkauf zu werden. Es ist Zeit, aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Information nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln. Oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zack hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung. Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du plasierter Scharschloch, du hast gesagt... Nicht ein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du hast schon... ...mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut. Und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht grad irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Finger weg von Dead Zack. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Wie gütig. Und ich bin schon wieder so hart am Vorproduzieren. Das fällt einem immer erst so spät auf. Allerdings ist heute gerade mal Folge 5 oder so online gegangen. Und ich frag mich, welche Folge das hier schon ist. Bestimmt schon Folge 20. Ne, 20 safe noch nicht. Vielleicht 15 oder so. Das ist jetzt geraten. Ich hab keinen Plan. So, wie komm ich jetzt wieder raus? Ach, ich fahr einfach durchs Gebüsch. Ähm. Ist damit... Ja, dieser Missionsdinge sollte damit eigentlich beendet sein. So, jetzt haben wir hier wieder 7 Forschungspunkte. Die werden wir jetzt erstmal hier reinstecken. Das ist nice. Damit können wir die so richtig schön abfacken. Dass ich das vorher noch nicht gemacht hab, wundert mich. So, jetzt haben wir noch 5. Die Frage ist, wo wir das am besten reinstecken. Ich würd eigentlich sogar sagen... Erstmal weiter hier rein. Aber das können wir uns alles nicht leisten. Hierfür brauchen wir 6. Was ist das? Erhölt die verfügbaren... Okay, um 2. Ja gut, das können wir dann ja auch machen. So, denn von diesem Boost-Ding, das weiß ich mir aus Watch Dogs 1, kann man nie genug haben. Ja gut, wenn das nichts Gutes ist, dann können wir das ja direkt mal machen. Online-Operation, Online-Operation. Ich hab meinen Playstation nach wie vor nicht verbunden, tut mir leid. Das könnten wir theoretisch alles noch machen. Ähm, du sollst sofort hierher zurück ins HQ, oder wie seh ich das? Das können wir ja mal jetzt eben machen. Spiegelglas. Danach können wir die wie Gemalt-Mission anfangen und die ganzen anderen Missionen, die halt auch noch so da waren. Aber die Aussicht ist echt nice. So. Oh Gott, das ist einfach grad zu fair... Dings. Zu fail. Aber auch zu... Fair, wie heißt es nochmal? Ähm... Verführerisch, genau. Das war grad einfach zu verführerisch. Ich frag mich aber auch, wieso Security-Leute mit so einer Karre rumfahren. Also, ähm... Die ist ja auch ein bisschen übertrieben für die. Obwohl, die müssen ja eigentlich schon ziemlich schnell unterwegs sein. Nebenbei ist mir aufgefallen, dass man so ein bisschen im Mikrofon immer die Playstation hört. Deshalb muss ich das immer alles raus, ähm... Filtern. Und das macht immer so extrem viel Arbeit. Deshalb rede ich halt ein bisschen lauter. Und dann ist es wenigstens nicht auf meiner Stimme drauf. Sondern halt nur dazwischen. Und dann filter ich das einfach wieder raus. Konsolenaufnahmen sind so kompliziert. Oh, ich bin einfach vorbeigefahren. Ups. Kaboom. Sorry, war ich nicht. Ups, das wollte ich nicht. Steck mal weg. Ähm... Steamweg. Das scheint so gut. Gut, dann hau mal raus, was du uns so zu sagen hast. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Hey man, was ist? Was ist denn los? Ich hab mir die Zahlen angeschaut, wie viele Downloads unsere App hat. Wie viel Rechenleistung verfügbar ist. Dann hab ich's gesehen. Äh, es... Was ist es? Einen Haufen Follower und Bots kamen von inaktiven und toten Invite-Accounts. Oh man, jemand hat mit einer Social-Media-Seite unsere Zahlen gepusht? Wer? Und wie viele scheiß Accounts waren? Ich weiß nicht wer, aber es war jemand von Invite. Jemand mit Admin-Zugang. Da bin ich mir sicher. Tja, und wie viele? Leck mich! Sorry, ich hab's nicht geprüft. Nein, es ist meine Schuld. Josh, es ist nicht deine Schuld. Wer weiß. Vielleicht ist jemand von Invite ein Fan. Ja, oder vielleicht will uns jemand in den Arsch ficken. Wir müssen das rausfinden. Markus, ich such dir einen Weg da rein. Josh, Josh. Du bist nicht schuld, okay? Wir haben die Zahlen alle gesehen. Nur du hast es bemerkt. Das war gut. Das war gut. Hä? Okay. Okay. Interessant. Neue Death-Tag-Mission. Verfügbar. Untersuche den falschen Invite-Code. Werden wir tun. Ich würde sogar sagen, dass wir das jetzt sogar erst mal, als erstes machen. Allerdings haben wir noch so viele Missionen, das ist einfach im Moment noch zu krass. Eine Hacker-Gruppe aus San Francisco hat die Glaubensgeheimnisse von New Dawn enthüllt. Death-Sec zeigte Material des New Dawn Tempels und wies nach, dass die sogenannten antiken Artefakte einfach nur Fälschungen von angeblichen alten Schrifttafeln sind. Mitgliedern der Hacker-Gruppe gelang es, das bewachte Gelände zu infiltrieren und offenzulegen, mit welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert. Darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Wen wundert's? Die sind nämlich jetzt mal so richtig am Arsch. Dann fangen wir mal an. Ich höre. Ich schicke dir die markierten Accounts. Benutze den Computer der CEO. Mary Catskill. Sie ist im Urlaub, ihr Büro sollte also leer sein. Das klingt mal vielversprechend. Ich frag mich, wie wir da reinkommen sollen. Ich meine, wir werden hier bestimmt auch nicht einfach so rein spazieren können. Hier können wir nur wieder ein Ablenkungsmanöver starten, aber das brauchen wir im Moment noch nicht. Wir müssen erstmal einen Weg rein finden und ich möchte mich da halt auch nicht einfach durchschießen. Ah. Ups. Das war jetzt nicht so geplant, aber na gut. Ist das ein Sicherheitsmann? Komme ich da rüber? Gute Frau. Bitte seien Sie ruhig. Bitte seien Sie... Ruhig. Ups. Okay, bisher sehe ich hier jetzt noch keine. So. Tschüss. Ähm, wie komme ich da rein? Habe ich jetzt noch nicht so ganz geblickt. Da brauche ich nämlich erstmal den Zugangsschlüssel. Den könnte ich mir doch bestimmt wieder durch irgend so einen Geheimgang holen. Nee, bitte einpacken. Wir sind schon mal auf dem Gelände. Das ist nicht schlecht, aber wir müssen da noch irgendwie reinkommen. Ah. Da oben ist so ein Dingens. Die Frage ist nur, was bringt der uns, weil wir mit dem Ding nicht so hoch kommen? Kann der den irgendwie da oben drauflegen oder so? Ich meine, der kann zwar springen, aber doch nicht so hoch. Oder? Nee. Und ich bezweifle, dass ich irgendwie von hier oben nach da hin springen soll. Das wäre auch rein physikalisch gar nicht möglich. Ups. Ähm, einmal hier hoch. Ist das möglich? Moment, kann der wirklich? Nee, kann der bestimmt nicht. So einstellen, wie hoch er springt, das kann er bestimmt nicht. Nee, der hüpft halt immer mit der gleichen Höhe. Die Sicht, es zu ändern, bringt mir auch nichts. Und da hoch, so hoch komme ich nicht. Was wollt ihr von mir? Oder soll ich einfach irgendein Fenster einschießen? Wir müssen da irgendwie reinkommen. Aber ich verstehe es halt echt nicht. Den könnte ich theoretisch auch aufmachen. Aber der bringt mir halt nichts, oder? Der will da halt auch nicht reinschlagen ins Fenster. Ich bin wahrscheinlich gerade nur ein bisschen zu inkompetent. Tut mir leid. Aber, ähm, ist nun mal so. Hier sehe ich jetzt halt auch keine weitere Möglichkeit, irgendwie reinzukommen. Wir können ja nochmal gucken. Ob es hier nicht noch irgendwo einen Eingang gibt. Aber es sieht halt echt nicht so aus. Und hier bin ich halt schon vorbeigelaufen. Da ist es eigentlich relativ sinnlos. So, nochmal hier rüber. Ich hab echt keinen Plan. Also, wir kriegen den da echt nicht rein. Diesen Roboter-Ding ins Kirchen. Da war auch noch irgendwas. Allerdings wird das auch... Oh, okay. Ja, gut. Ähm, mir war klar, dass hier irgendwo noch was sein muss. Aber, äh, nicht hier. So, einmal hier rein. So. Und schon sind wir drin. Hier sieht's gar nicht mal so scheiße aus. Ich mag den Stil. Kann ich einfach so durchfahren? Ich glaube nicht. Hallo, bitte putz weiter. Ähm. Ich geh mal nach unten. Hier war nämlich irgendwo der Schlüssel. Ich nehm mal an. Ich kann hier jetzt einfach so dreist durchrollen. Natürlich. So. Und schon sind wir im Spiel. Alles klar. Auf dieser emotionalen Verseuchung lief drei Monate. Wir wählten Testpersonen aufgrund von politischer Ausrichtung, emotionaler Stabilität und Anzahl der sozialen Kontakte aus. Phase 1 sollte zeigen, inwieweit wir den Gefühlszustand und die Postings von instabilen Nutzern beeinflussen können. Die Erfolgsrate war absolut verblüffend. 96 Prozent. Wir bombardierten ihren Feed mit negativen Nachrichten und Inhalten, die ihr Weltbild erschütterten. So wie mit schmerzlichen Erinnerungen, Tod oder Scheidung. Und erzeugten so bei unseren Testpersonen eine wahre Stabilität. Habt ihr Live-Zug aktiviert? Fahr jetzt nach oben. Wir hatten ihre Stimmung beeinflusst. Um unsere Ergebnisse zu untermauern, stellen wir anschließend ihren ausgeglichen... Ups, ihr habt nichts gesehen. ...durch positive Posts wieder her. So, ach komm, ich ruf den jetzt einfach mal so zurück. Kann ich den jetzt direkt wieder benutzen? Tatsache. Okay, ähm, dann sollten wir jetzt theoretisch überall reinkommen, oder? Japp. Wonderful. Sei mal schön ruhig. Okay, die wollte einfach nicht down gehen. Du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen. So, dann fahren wir da jetzt mal hin, wenn der auch den Knopf benutzen möchte. Aber ich würde sagen, was es da in dem Büro zu sehen gibt, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Alright. So,DAY. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.